Du willst deine Geschäftsidee endlich umsetzen und ein Unternehmen gründen. Bevor es losgehen kann, stellt sich eine Frage. Welche Rechtsform, welche Unternehmensform passt zu dir und deinem Vorhaben? Einzelunternehmen, GbR, GmbH und so weiter, alle haben ihre spezifischen Vor- und Nachteile. Dieses Video gibt dir in wenigen Minuten eine verständliche erste Orientierung und Entscheidungshilfe. Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Sebastian Vogt und ich begleite Unternehmer seit vielen Jahren als Sparringspartner in betriebswirtschaftlichen und finanzwirtschaftlichen Fragen. Hier und heute geht es um die beste Rechtsform für deine Unternehmensgründung. Wenn dir dieses Video gefällt, lasse mir gerne ein Like da und schau dich nachher auch mal bei meinen anderen Videos um. Vielleicht ist ja was Interessantes für dich dabei. Jetzt aber erst mal direkt ins Thema Rechtsformen. Ganz praktisch und einfach erklärt. Zum Start habe ich dreieinhalb Kriterien zusammengestellt, anhand derer du herausfinden kannst, mit welcher Rechtsform du und dein Startup wahrscheinlich am besten bedient seid. Es gibt natürlich viel mehr Aspekte, die man berücksichtigen kann, aber ich möchte dir gerne zum Start eine möglichst einfache Orientierung geben. Also, erstens, die Anzahl der Gründer. Bist du Einzelkämpfer oder seid ihr ein Team? Zweitens, wie einfach und kostengünstig soll das Unternehmen errichtet und in der Folge auch betrieben werden? Drittens, willst du für das, was das Unternehmen tut, privat haften? Das dreieinhalbte Kriterium, das ich eben erwähnt habe, tja, das sind die lieben Steuern. Ein durchaus wichtiger Punkt, der sollte aber für dich zum Start meines Erachtens nicht der einzig ausschlaggebende sein. So, und jetzt spielen wir mal ein paar Modelle durch und beginnen mit dem einfachsten. Sagen wir, du gründest alleine. Du willst schnell und ohne große Kosten oder Kapitaleinsatz starten. Willst auch danach erst mal einen möglichst geringen Verwaltungsaufwand. Vielleicht rechnest du zu Beginn auch eher mit einem überschaubaren Geschäftsvolumen. In diesem Fall könnte das Einzelunternehmen für dich das Richtige sein. Du benötigst kein bestimmtes Startkapital, brauchst keinen Gesellschaftsvertrag vom Rechtsanwalt, musst deine Gründung nicht beim Notar beurkunden lassen, wirst nicht ins Handelsregister eingetragen. Alles, was du tun musst, ist beim Gewerbeamt dein Gewerbe anmelden. Das kostet dich ein paar Euro, genauso wie jährlich die Pflichtmitgliedschaft in der Industrie- und Handelskammer, der IHK. Alles überschaubar und kaum ein dreistelliger Eurobetrag. Noch besser hast du es, wenn es dir gelingt, vom Finanzamt als Freiberufler anerkannt zu werden. Dann sparst du dir die Gewerbeanmeldung, zahlst auch später auf Gewinne keine Gewerbesteuer, bist auch nicht Pflichtmitglied in der IHK. Freiberufler, das ist allerdings etwas ganz Spezielles und trifft nur auf wenige Berufe, Berufsgruppen, Tätigkeiten zu. Ehrlicherweise ist es ein Nischenthema, würde auch hier den Rahmen sprengen. Und wahrscheinlich bist du kein Freiberufler, sondern dann Gewerbetreibender. Gut, soviel also zum Einzelunternehmen. Wir steigern die Komplexität etwas. Deshalb seid ihr jetzt zwei Gründer. Alles andere soll bleiben, wie es ist. Schnell starten, wenig Administration, wenig Kapital, wenig einmalige und laufende Kosten. Nun findest du dich im Bereich der Personengesellschaften wieder. Genauer gesagt sind wir jetzt bei der GbR, der Gesellschaft Bürgerlichen Rechts. Und was ist wichtig, wenn du das Geschäft nicht mehr alleine aufziehst? Ganz klar, ein Gesellschaftsvertrag. Du solltest dich mit deinem Co-Gründer darüber verständigen, wer sich wie in das Unternehmen einbringt, wer welche Befugnisse hat und wie der Kuchen verteilt wird, wenn ihr denn Erfolg habt. Diesen Vertrag könnt ihr grundsätzlich selbst und formfrei schließen, also ohne Anwalt oder Notar. Es gibt auch reichlich Vordrucke bzw. Muster zum Download im Netz. Aber wenn du juristisch nicht wirklich fit bist, lass besser doch einen Experten drüber schauen. Das kann übrigens auch dein Steuerberater sein, wenn du denn einen hast. So und weiter geht's mit der Komplexität. Wenn du und dein Partner das Gefühl habt, euer Geschäft könnte direkt größere Dimensionen annehmen, dass ihr vielleicht auch mit einem Nebengewerbe nicht mehr hinkommt, euch also voll engagiert, auch vielleicht Angestellte haben wollt, dann bewegt ihr euch in Richtung einer OHG, der offenen Handelsgesellschaft. Und das ist so etwas wie die erwachsene Schwester der GbR. Bei steigendem Geschäftsvolumen wird irgendwann davon ausgegangen, dass euer Unternehmen einen sogenannten kaufmännisch eingerichteten Geschäftsbetrieb erfordert. Und wie das so ist, wenn man erwachsen wird, man hat mehr Pflichten. Bei der OHG wesentlich erstens die Eintragung ins Handelsregister, eure Firma wird dort öffentlich gemacht, das kostet ein paar Euro. Aber zweitens die Anwendungen der Regelungen des Handelsgesetzbuches und damit verbunden vor allem auch die Pflicht zur kaufmännischen Buchführung und Erstellung eines gesonderten Jahresabschlusses. Also die Einnahmenüberschussrechnung als Anlage zur Einkommensteuererklärung reicht nicht mehr wie damals als Kleingewerbebetreibende. Auch das kostet natürlich und klar macht auch Arbeit. Jetzt ein kleiner Schwenk zurück. Das Thema Handelsgewerbe und kaufmännisch eingerichteter Gewerbebetrieb kann euch auch ereilen, wenn ihr alleine seid als Einzelunternehmen. Auch da gibt es die Eintragung ins Handelsregister als sogenannter eingetragener Kaufmann, e.k. So und jetzt machen wir mal einen kleinen Strich drunter und atmen kurz durch. Eingangs hatte ich dreieinhalb Kriterien erwähnt, die ihr bei eurer Rechtsformwahl, die du bei deiner Rechtsformwahl vielleicht für relevant erachten könntest. Über die Anzahl der Gründe haben wir gesprochen, genauso auch über die Frage der Einfachheit. Steuerlich, aber das nur am Rande, ist es bis jetzt auch nicht so wirklich aufregend. Egal ob Einzelunternehmen, GbR oder OHG, ihr zahlt auf eure Gewinne Gewerbesteuer und Einkommensteuer. Wobei es bei der Gewerbesteuer einen ganz passablen Freibetrag von 24.500 Euro im Jahr gibt und die darüber hinaus zu zahlende Gewerbesteuer noch dazu weit überwiegend, bis teilweise in manchen Regionen in Deutschland sogar ganz auf die Einkommensteuer angerechnet wird. In vielen Fällen werdet ihr deshalb also nur Einkommensteuer auf eure Überschüsse bezahlen. Genau wie letzten Endes auf euer Gehalt bei der Festanstellung auch. Worüber wir bislang aber noch gar nicht gesprochen haben, das ist die Haftung. Einzelunternehmen, GbR und OHG haben alle einen großen Nachteil. Du als Unternehmer, als Inhaber, als Beteiligter haftest mit deinem Privatvermögen unbeschränkt für die geschäftlich entstandenen Verbindlichkeiten. Es ist praktisch so, als ob du Privatschulden machst. Du in Person musst dafür gerade stehen. Ja, ein Unternehmer muss mutig sein, Risiken eingehen. Aber dennoch, volle private Haftung, das ist nicht jedermanns Sache. Was also tun? Zumindest ein bisschen Abhilfe schafft die Kommanditgesellschaft, die KG. Sie ist in gewisser Weise auch mit der besprochenen OHG verwandt. Mit einem entscheidenden Unterschied. Im Gegensatz zur OHG haftet bei der KG immer nur mindestens ein Inhaber unbeschränkt, persönlich und ein anderer bloß beschränkt. Und zwar beschränkt auf die Höhe der Kapitaleinlage, die für seine Beteiligung an der Gesellschaft vereinbart wurde. Im Gegenzug sieht das Gesetz für diesen beschränkt Haftenden auch keine Geschäftsführungsbefugnisse vor, wobei sich das vertraglich weitgehend heilen lässt. Dennoch, auch in der KG gibt es damit immer einen Gründer, der mit seinem Privatvermögen im Feuer steht. Und zwar voll im Feuer steht. Verlassen wir also die Familie der Einzelunternehmen und Personengesellschaften und begeben wir uns auf das Feld der Kapitalgesellschaften. Familie 2. Der Klassiker für mittelständische Unternehmen in Deutschland ist da die GmbH. Und unter Haftungsgesichtspunkten ist die GmbH vom Grundsatz her erst einmal paradiesisch. Denn keiner der Anteilseigner haftet persönlich. Für die Schulden der Gesellschaft haftet die Gesellschaft selbst mit ihrem Vermögen. Und woher kommt dieses Vermögen? Vor allem ganz klar zum einen natürlich aus angehäuften Gewinnen aus der Geschäftstätigkeit, die nicht an die Anteilseigner ausgeschüttet werden, zum anderen aber auch aus dem sogenannten Stammkapital. Das ist der Betrag, den die Gesellschafter, also die Eigentümer, für ihre Anteile in die Gesellschaft einzahlen. Bei einer GmbH sind das immer mindestens 25.000 Euro. Nicht pro Anteilseigner, sondern für alle zusammen. Seid ihr zu zweit und soll das Unternehmen jedem zur Hälfte gehören, muss also jeder von euch 12.500 Euro einbringen. Die Hälfte davon muss tatsächlich fließen, die andere Hälfte im Bedarfsfall aber nachgeschossen werden. Das Kapital wird auch nicht irgendwo geparkt, sondern kann im Geschäftsbetrieb ganz normal eingesetzt werden, zum Beispiel um Waren oder Geschäftsaufstattung anzuschaffen. Du siehst also, so ganz vermögenslos darfst du nicht sein, wenn du eine GmbH gründen willst. Und auch die Gründungskosten sind erwähnenswert. Neben der Gewerbeanmeldung und IHK-Pflichtmitgliedschaft braucht es einen notariellen Gesellschaftsvertrag und die Eintragung ins Handelsregister. All das kann gut dreistellig bis ungefähr vierstellig kosten. Pflicht zur Buchführung habt ihr dann auch, ähnlich wie schon vorher bei der OHG beziehungsweise KG. Das Buchhaltungsbüro beziehungsweise den Steuerberater freut's natürlich. Apropos Steuern. Hier wird es jetzt auch etwas komplizierter, denn als Kapitalgesellschaft unterliegt die GmbH nicht nur der Gewerbesteuer, sondern auch der sogenannten Körperschaftssteuer. Diese Besonderheiten jetzt im Einzelnen auszuführen, das sprengt auch hier den Rahmen. Es gibt ganz hervorragende YouTube-Kanäle von Steuerberatern, die tolle und verständliche Videos dazu haben. Mach dich gerne einfach mal nachher auf die Suche, wenn du mehr dazu wissen willst. Einen Punkt zur GmbH und zu anderen Kapitalgesellschaften will ich nicht verschweigen. Du kannst sie auch alleine gründen, also damit alleiniger Gesellschafter, alleiniger Inhaber sein. Puh, ganz schön hohe Beträge bei der GmbH. Geht das nicht auch mit weniger? Ja, das geht, denn die GmbH hat noch eine kleine Schwester, die sogenannte Unternehmergesellschaft oder UG. Sie ist im Prinzip genau wie die GmbH, nur dass du statt 25.000 Euro Stammkapital theoretisch schon mit einem einzigen Euro starten kannst. Im Gegenzug musst du dann aber auch ein Viertel deiner Gewinne in der Gesellschaft einbehalten, darfst sie also nicht ausschütten, und zwar bis das Stammkapital auf 25.000 Euro aufgefüllt ist und die UG dann gewissermaßen automatisch zu einer GmbH. Natürlich gibt es weitere Kapitalgesellschaften, wie zum Beispiel die Aktiengesellschaft AG. Ein Muss zum Beispiel, wenn das Unternehmen an die Börse gehen und Anteile unkomplizierter übertragen werden sollen. Administrativ wird es damit aber noch weitaus komplexer, Stichwort zum Beispiel Aufsichtsrat. Für die allermeisten Gründer sollte die AG damit kein Thema sein. Relevant ist das eher bei Start-ups, die Risikokapitalgeber im Rücken haben. So, und jetzt sind wir fast am Ende. Wir haben die meisten gängigen Rechtsformen angesprochen, Exoten wie den eingetragenen Verein, e.V. oder Genossenschaften mal außen vor. Einen Nachzügler habe ich dann aber doch noch, und das ist so ein bisschen das Chamäleon unter den Rechtsformen. Ich meine die GmbH und Co. KG. Das ist in ihrem Kern eine Kommanditgesellschaft und damit eine Personengesellschaft. Wie wir eben erfahren haben, haftet bei einer Zwei-Personen-KG immer einer der Gesellschafter unbeschränkt persönlich und der andere nur beschränkt. Die GmbH und Co. KG. hebelt dieses Prinzip nun völlig legal aus, indem hier der unbeschränkt haftende Gesellschafter nämlich keine natürliche Person oder Personengesellschaft ist, sondern eine GmbH, die ja, wie wir jetzt wissen, ihrerseits nur beschränkt haftet, nämlich mit ihrem Gesellschaftsvermögen. Ganz schön kompliziert allerdings. Gründe für eine GmbH und Co. KG. sind meist vor allem steuerlicher Natur. Auch hier gilt mein Verweis auf die wirklich guten Videos der Kollegen aus der Steuerberatenden Zunft. Notiz am Rande. Völlig untypisch für eine Personengesellschaft. Du kannst sie auch alleine gründen. Fassen wir kurz zusammen. Gründest du alleine, hast du die Wahl zwischen dem Einzelunternehmen mit voller privater Haftung oder einer aufwendigeren und teureren Kapitalgesellschaft wie der GmbH, UGAG oder auch der nicht minder aufwendigen Personengesellschaft, GmbH und Co. KG. Seid ihr mehrere, kommt im einfachsten und günstigsten Fall die GbR in Frage. Für das Kleingewerbe ist das ein Muss. Dreht ihr ein größeres Rad, gibt es die OHG oder vielleicht auch die KG, die ein wenig haftungsbeschränkt ist. Aber auch hier gilt in der Regel, wer das Orchester dirigieren will, hat auch die Musik zu verantworten. Heißt Haftung. Aufwendiger und teurer in Gründung und Betrieb wird es mit einer Kapitalgesellschaft, GmbH, UG etc. dafür haftungstechnisch, aber auch deutlich entspannter. Tja, und was sagen die Banken, die euer Geschäft finanzieren sollen? Nach meiner Erfahrung ist es denen wichtiger, dass ihr ein tragfähiges Geschäftsmodell habt und dass ihr als Gründerpersönlichkeiten überzeugt. Die Frage der Rechtsform stellt sich da allenfalls am Rande. Und wenn ihr für eure UG mit nur einem Euro haftendem Stammkapital einen Geschäftskredit über 100.000 Euro aufnehmen wollt, freut euch nicht zu früh über die Haftungsbeschränkung. Die Bank wird von euch Gründungsgesellschaftern wahrscheinlich persönliche Bürgschaften fordern, womit das Privatvermogen schon wieder angreifbar wird. So, ein für meine Verhältnisse wirklich langes Video findet sein Ende. Schön, dass du noch dabei bist. Schön, wenn es dir weiterhilft. Sei so nett, lass mir einen Daumen hoch, wenn dir das Video gefallen hat und auch über dein Abo freue ich mich. Dann verpasst du meine kommenden Videos nicht. Ich bin mir sicher, auch die werden für dich als Unternehmer was Interessantes bereithalten. Vielen Dank fürs Reinschauen und bis zum nächsten Mal.